Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Penumbra Black Black Ich bin die Ramaschira und habe jetzt noch mal anfangen müssen, weil ich diese Scheiße, die ich nicht gefunden habe, die in dieser Ebene, die die Spitz auf dem Tisch lag Naja, Sehntörn ist im Vorteil Greenland, ja Es ist ein Tränen, wie es Träfe und Molitulare zu stören Es ist ein Träfe und Biologisch Es ist ein Träfe und Stärkung Es ist ein Träfe und Stärkung Ich muss meine Cyanide Capsule Ja, ich muss eine Cyanide Capsule Fassfassfassfassfasss Auf Alter, der hat kaputte Stifte. Piss dich. So. Okay. Zwei, drei, sechs, das ist eins, eins, sechs, sieben. Zahlenfindner, eins, eins, sechs, sieben. Und ich will da jetzt nicht raus, ehrlich gesagt. Geht hier aber nichts umsonst zu. Also, ich hasse habe, ich spiele. Auf, da scheiße. Renauf, da na auf, man. Ich war mal... Super. Nice. Ich gehe nicht runter. Ach du scheiße mal, nein. Oh, lebt mich fett, Mann. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Moment. Moment. Ja. Ja? Ja. Ja. Jetzt sind wir doch rein, was soll denn die Scheiße? Jetzt sind wir jetzt rein. Ah. Ah. Da habe ich diese... Taschenlampe, wo war die Taschenlampe? Jetzt weiß ich wieder. So. Taschenlampe. Zu. Auf. So. I got some batteries. Nein. Ich will jetzt nichts trinken. Ich hab selbst was da. Danke. Okay. Auf. Verdammte Scheiße. Geh zu, verdammte Scheiße. Haben wir gefallen mit dem Part. Der dürfte bald zu Ende sein. Da will ich den Part hier mal beenden, Leute. Wenn euch gefallen hat, abonnieren, favorisieren, daumen nach oben und ansonsten. Sehen wir uns im Partnummer? Vier glaube ich. Also. Servus.